Oh mein Gott! Hallo, mein Name ist Rebecca und ich mache YouTube ab und zu. Ich konnte mich jetzt nach, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monaten endlich wieder dazu bringen, ein YouTube-Video aufzunehmen. Und zwar eins, das ich euch schon so lange verspreche, und zwar das zum Thema Neurodermitis. Neurodermitis begleitet mich schon super lange, seitdem ich in der Pubertät war, also seit meinem 13. Lebensjahr. Ah ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und auf Instagram könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr da meinen Kanal nicht eh schon abonniert. Damals war Neurodermitis halt wirklich mein Feind. Das hat sich total verändert. Und meine Neurodermitis ist heute wirklich etwas, das mich durch mein Leben begleitet und ich mich sogar dankbar schätze, dass ich sie habe, weil ich durch sie sehr viele Entscheidungen getroffen hätte, die ich ohne sie nicht getroffen hätte. Dazu vielleicht nochmal ein anderes Mal mehr. Nur ganz kurz. Ich habe halt durch die Neurodermitis zum Beispiel, bin ich durch die Neurodermitis mehr ans Meer gegangen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, ich kann ihn ja gleich mal als den ersten Punkt vermerken, weil das Salzwasser einfach super für die Haut ist. Im Sommer bin ich halt dann immer ans Meer und das hat mir extrem geholfen. Das nächste, was da vielleicht auch dazu passt, als ich ein Teenager war, war ich in der Schule und das Schulsystem war halt einfach nichts für mich. Der Schulweg war wirklich nichts für mich. Also ich habe wirklich auch Anzeichen von Depressionen gehabt, habe mir in sehr vielen logischen Dingen sehr, sehr schwer getan, die zu verstehen. In Mathematik und in solchen Fächern habe ich mir unglaublich schwer getan und auch von der Theorie. Ich bin eher ein sehr praktischer Mensch. Das wusste ich halt alles nicht und ich konnte das nicht zuordnen. Ich dachte mir, warum schafft es jeder, die Schule zu besuchen und das halt auch irgendwie halbwegs normal durchzustehen. Und warum ist es für mich so, so schmerzhaft und hat eben unter anderem auch dazu geführt, dass ich einen unglaublich hohen Stress hatte und das ist für die Neurodermitis das aller, allerschlimmste Stress. Da kommen wir zu Nummer zwei. Stress vermeiden. Die Neurodermitis hat mir beigebracht, dass ich mich dem Leben nicht fügen kann, sondern dass ich das Leben meinen Bedürfnissen anpassen muss und nicht verkehrt rum. Und das ist, glaube ich, wirklich der aller, aller wichtigste Punkt. Schaut, dass ihr Stress so viel, wie es halt eben möglich ist, vermeidet. Und Stress ist etwas, was wir uns ja auch viel selbst machen. Natürlich, es gibt Dinge, für die sind wir nicht gemacht. Ich bin zum Beispiel, ich weiß jetzt auch, dass ich eher ein langsames Leben bevorzuge, dass ich mich auch langsamer fortbewege als andere, dass ich mehr Zeit für Dinge brauche. Das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich. Ja, dass ihr einfach in eurem eigenen Tempo geht, aber vor allem, dass ihr in dem Tempo geht, das für euch Stress vermeidet. Genau, also schaut, dass ihr euer Leben einfach euren Bedürfnissen anpasst. Natürlich ist das leicht gesagt. Bei mir war das ein jahrelanger Prozess. Also fast zehn Jahre hat das Ganze gedauert, bis sich das jetzt eingebürgert hat und ich jetzt beruflich das tue, was ich liebe, nämlich das hier. Das ist nicht von heute auf morgen passiert und war ein sehr, 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 ja, steiniger Weg. Aber es hat sich gelohnt und es hat geklappt und ich bin super, super zufrieden. Als drittes möchte ich euch was zum Thema Waschmittel sagen. Das ist etwas sehr Simples, das man umsetzen kann. Es ist wichtig, dass du keine Waschmittel verwendest, die Parfum oder Duftstoffe drinnen haben. Manchmal heißt es auch Fragrance. Bei Fragrance muss man dann wieder schauen, ob das nur ätherische Öle sind, weil manche ätherische Öle, das ist bei jedem Menschen mit Neurodamit, ist ein bisschen anders, welche ätherischen Öle für dich in Ordnung sind und welche nicht. Das musst du austesten. Es gibt auch DIYs wie mit Soda oder ein anderes DIY mit Efeu in eine Socke geben, glaube ich, und damit waschen. Meine Mama hat damals Waschnüsse verwendet. Die sind aber nicht so nachhaltig, weil die aus Indien sind und wir es somit den Leuten vor Ort schwierig machen, an Waschnüsse dranzukommen, weil die einfach teurer werden und unleistbar für die Einheimischen. Also die nachhaltigere Variante wäre hier Kastanien, die wir hier auch haben, die man sammeln gehen kann und dann kann man die schälen und für weiße Wäsche verwenden oder einfach so im Ganzen, ohne sie zu schälen, für Buntwäsche und so. Aber da könnt ihr auch Rezepte einfach googeln. In denen gibt es unendlich viele. Also wenn du keine DIYs magst, mag ich nicht, kann man schauen nach Babywaschmittel. Genau, die sind meistens auch hautfreundlich, wobei man auch da schauen muss. Viertens, schau, dass du hautfreundliche Materialien trägst, also dass du nicht so viele synthetische Stoffe an dich ranlässt, dass du viel Bio-Baumwolle trägst, dass du Leinen trägst, dass du nicht nur Sachen trägst, die richtig eng sind, vor allem wenn es synthetische Stoffe sind. Schau, dass du deine Haut atmen lässt, auch wenn du zu Hause bist, vielleicht, dass du auch ein bisschen nackt herumgehst, wenn das für dich in Ordnung ist, sich gut anfühlt oder deine Umgebung das zulässt. Oder eben lockere Sachen öfter mal trägst. Schau, dass du dich die ganze Zeit eincremst, also dass du das Problem halt sozusagen auch an der Wurzel packst. Natürlich muss man auch schauen, was man in seinen Körper reintut, dazu kommen wir noch, aber auch was du auf deine Haut tust. Keine Parfums. Und bei welchem Punkt war ich denn jetzt überhaupt? Beim Eincremen. Und zwar, schau, dass du natürliche Produkte verwendest, die eine hohe Qualität haben, eine hohe Bio-Verfügbarkeit. Benutze zum Beispiel viel Acara, Junglück, was habe ich denn noch? Auch wie Leder, reine Shea-Butter, die ich mir zusammen mische. Also ich habe auch ein DIY. Da habe ich ein Video, das werde ich euch markieren, das sehr viel Dings, sehr viel Feuchtigkeit spendet. Schaut, dass ihr weg vom Cortison kommt. Ich war früher so Cortison-abhängig, weil ich einfach so viele blutige Stellen hatte. Heute schaue ich halt, dass es gar nicht mehr so weit kommt, dass ich die ganzen Punkte beachte. Ich habe nämlich seit, glaube ich, über zweieinhalb Jahren kein Cortison mehr geschmiert, was wirklich eine super Entlastung ist. Und ich bin da echt auch stolz drauf, weil daran merke ich, dass ich mein Lifestyle einfach unglaublich verändert habe. Ich erwähne das alles so individuell, weil man oft nicht daran denkt. Darum komme ich jetzt gleich zu Shampoos, Conditioner, Dusch, Gel, Seifen und so. Wieder schauen, dass das alles natürlich ist. Am besten auch vegan, funktioniert für mich jedenfalls am allerbesten. Also ich verwende nur Naturkosmetik und feste Produkte. Also ich habe ein festes Shampoo, ich habe einen festen Conditioner, Haaröle für die Spitzen. Genau, also einfach schauen, dass ihr auf Naturkosmetik umsteigt. In jeder Hinsicht. Also auch bei Schminke und so weiter. Und dass ihr eure Haut auch öfter mal atmen lässt. Vor allem, wenn ihr Neurodermitis zum Beispiel auch hier im Gesicht habt, dass ihr auf Foundation verzichtet, auf Make-up verzichtet, dass ihr zum Beispiel nur Wimperndusche trägt. Das mag sich jetzt für einige unhygienisch anhören, aber ist für Neurodermitis essentiell und wurde mir von mehreren Hautärzten so empfohlen, dass man sich nicht zu oft duschen geht. Das heißt, dass man sich wirklich nur alle drei, vier Tage duschen geht und zwischendrin halt Katzenwäsche macht. Also ich wasche mir jeden Tag meine Achseln, zum Beispiel meine Füße. Jeden Tag Katzenwäsche, aber nicht den ganzen Körper abduschen, weil das dem Körper einfach, auch wenn es komisch klingt, Feuchtigkeit entzieht. Viel gesünder, was jetzt halt nicht so nachhaltig ist, aber da muss man eben auch auf die eigene Gesundheit achten, ist es zum Beispiel Bäder zu nehmen, weil das der Haut Feuchtigkeit spendet. Milchprodukte sind auch sehr, sehr kontraproduktiv für Neurodermitis. Da könnt ihr euch unzählige Videos anschauen zum Thema, warum Milchprodukte nicht gut sind. Neurodermitis steht halt auch im Zusammenhang mit dem Darm und ja, Milchprodukte sind einfach nicht gut bei einer Haut, die empfindlich ist bzw. unter Neurodermitis leidet. Dazu möchte ich dann auch nochmal unbedingt sagen, dass seitdem ich mich vegetarisch ernähre, meine Haut sowas von auflebt und seitdem ich mich vegan ernähre und eben auch auf Milchprodukte verzichte, es macht einfach so einen Unterschied, das ist abnormal. Also es ist wirklich, wirklich wichtig und macht einen Unterschied. Aber experimentiert da selbst. Ich kann euch da nur raten, dass ihr zum Beispiel mal eine 30-Tage-Vegan-Challenge ausprobiert und dass ihr dem Ganzen auch Zeit gebt. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt euren Körper so lange so behandelt und dieser Körper braucht einfach Zeit, um sich umzustellen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man jahrelang etwas macht und dann verändert sich alles in einer Woche. Das ganze System muss sich umstellen. Es kann auch oft sein, dass es zuerst mal schlimmer wird und dann besser. Nächster Punkt ist der Winter. Also es ist ein Punkt, wo ich nicht wirklich eine Lösung habe, aber etwas, was mir einfach zu 100% auffällt. Winter sind für mich meistens die Hölle. Also ich merke jetzt schon, dass meine Haut wieder kratzt. Also sie juckt und ich kratze mich und natürlich kann man sagen, ja, dann kratze ich nicht. Aber zum Beispiel bei Neurodermitis ist es halt echt auch so, das ist so, als hätte man einen Gelsenstich. Stell dir vor, du hast einen Gelsenstich auf deinem ganzen Körper und du sagst dieser Person, sie soll sich nicht kratzen. So ungefähr. Und das nächste Problem ist einfach auch das unterbewusste Kratzen. Also wenn ich schlafe, dann kratze ich mich oft blutig. Jedenfalls möchte ich damit sagen, dass der Winter für mich noch immer etwas ist, wo ich keine ökologische Lösung habe. Was ich halt die letzten Jahre gemacht habe, war dem Winter zu entfliehen. Ich bin in tropische Länder geflogen und habe das Ganze somit überwunden. Diesen Winter mal schauen. Ich glaube, wenn man die ganzen anderen Punkte einhält, dann ist das Ganze auf jeden Fall viel, viel schwächer. Ich habe jetzt ein paar mini, mini offene Stellen auf meinen Oberschenkel. Mein Rücken juckt hier und da. Aber es ist wirklich nicht vergleichbar mit früher. Trotzdem, ja, beim Winter habe ich leider noch keine Lösung. Außer Sonnengänge. Genau, das ist der nächste Punkt. Und Bäder, habe ich eh schon gesagt. Und die ganzen Punkte, die ich erwähnt habe, aber um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken und dem Körper noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit zu spenden. Was man im Winter dann noch machen kann, ist, dass man eben so einen Luftbefeuchter kauft oder dass ihr einen Topf auf die Heizung stellt. Das ist die günstigere Variante. Außerdem, Matratze ist auch wichtig. Schaut, dass ihr, also für mich jedenfalls wichtig war, dass ich auch Hausstaub milgen und so. Also, dass ich da schaue, dass alles gut entstaubt ist. Also, dass man auch die Matratze lüftet. Fasten. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ist softenglisch. Das könnt ihr euch noch anschauen. Ich habe Fasten nach Buchinger gemacht und jetzt gerade Fasten nach TCM. Da könnt ihr Dojo-Zeit-Fasten- nach TCM-Rezepte googeln, um da noch mehr Info zu finden. Die TCM-Variante wäre die einfachere Variante. Buchinger ist ein bisschen schwieriger, aber bei Buchinger habe ich extrem viel Unterschied gemerkt. Also, da habe ich für fünf Tage gefastet. Das war super hilfreich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt weiße Exzema-Flecken, also so richtig große und die habe ich nur mit Kortison wegbekommen. Jedes Mal, wenn ich mit Kortison aufgehört habe, sind die Flecken zurückgekommen. Dann habe ich fünf Tage lang nichts gegessen, beziehungsweise nur Gemüsebrühe frische. Puff, waren diese Flecken weg. Gegen die ich zwei Jahre lang gekämpft habe. Es ist so arg. Man muss dem Körper halt echt auch Zeit geben, sich selbst zu heilen. Aber wenn die ganze Zeit irgendwas im Körper ist und die ganze Energie in die Verdauung geht, dann hat der Körper keine Zeit, sich selbst zu heilen. Zum Thema Fasten, das ist eine ganze Wissenschaft für sich. Da könnt ihr euch auch einlesen. Das ist wirklich ein Thema, womit man sich beschäftigen kann. Etwas anderes, was helfen soll, was ich gemacht habe und mir aber nicht geholfen hat, trotzdem, vielleicht hilft das irgendeinem anderen, ist eine Bestrahlungstherapie, die man beim Hautarzt machen kann. Da könnt ihr einfach euren Hautarzt fragen. Etwas, was mir extrem viel geholfen hat, ist meine Meditationspraxis. Warum? Ganz einfach. Es ist bewiesen, dass Meditation hat einfach etliche Vorteile. Aber es ist einfach auch super, super, super stressreduzierend. Hat mir einfach enorm geholfen, einen inneren Frieden zu kultivieren. Und das ist halt super wichtig, wenn man nicht zu viel Stress haben will. Um das Ganze nachhaltig zu machen, ist es natürlich wichtig, dass man eine regelmäßige Meditationspraxis hat. Der nächste Punkt wäre Yoga. Wie könnte es auch anders sein? Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr auch, dass Yoga für mich eine sehr, sehr heilsame Praxis ist. Warum? Einfach, weil es die aktivere Form vom Stressabbau ist und man schüttet Glückshormone aus. Natürlich jede Form von Bewegung, auch tanzen. Das Besondere an Yoga ist es aber, dass man sich eben auch auf seinen Atem fokussiert. Unser Atem ist auch ein so, so, so unglaublich heilsames Tool. Da könnte ich jetzt auch wieder extrem ausholen. Aber zum Beispiel, wenn man sich darauf konzentriert, dass die Ausatmung länger ist als das Einatmen, dann entspannt man den Körper. Nächster Punkt. Trink genug Wasser. Gib deinem Körper genug Feuchtigkeit von innen. Schau, dass du genug Wasser trinkst für Bestehen. Zu 70, 80% aus Wasser. Dann als nächsten Punkt. Etwas, was mir auch sehr geholfen hat, ist die goldene Milch. Die habe ich echt für zwei Jahre lang auch durchgehend genommen. Die letzten Monate habe ich wieder eher nicht so drauf geachtet. Jetzt für den Winter werde ich schauen, dass ich sie wieder jeden Tag zu mir nehme. Da könnt ihr auch einfach googeln, goldene Milch. Da muss man auch schauen, dass das Kurkuma Bio, eine Bio-Qualität hat. Hier auch wichtig eben, dass man pflanzliche Milch verwendet. Da kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar das, was ich eben gesagt habe. Schaut, was ihr zu euch nehmt. Also von innen. Zum Beispiel, dass ihr schaut, dass ihr so gut es geht, Bio-Produkte kauft, damit ihr nicht diese ganzen Pestizide in euch rein tut. und Chemikalien, die auf Gemüse und auf andere Sachen gesprüht werden. Also ich ernähre mich gut. Also ich schaue, dass ich Bio-Produkte kaufe. Was bei mir zum Beispiel noch eher, wo ich mich nicht so dran halte, ist der Zucker. Also ich liebe einfach Mehlspeisen und nehme auf jeden Fall Zucker zu mir. Aber ich merke schon auch, dass wenn ich zu viel Zucker esse, dass ich mehr Schübe habe. Also es macht definitiv einen Unterschied, vermehrt auf Zucker zu verzichten. Schaut, dass ihr genügend gesunde Fette zu euch nehmt. Und etwas, was vielleicht auch noch interessant ist, wenn ihr etwas esst, schaut, wie es euch danach geht. Also wirklich das bewusst wahrzunehmen. Okay, jetzt habe ich Tomaten gegessen. Wie geht es mir die nächsten Stunden danach? Wie geht es meiner Haut? Habe ich einen Juckreiz oder nicht? Also das auch wirklich zu beobachten und einzuschätzen. Etwas, was auch die Haut extrem austrocknet, ist auf jeden Fall Alkohol. Also Alkohol ist auch eher zu vermeiden beziehungsweise so zu konsumieren, dass es nicht so regelmäßig ist. Immer wenn ich Antibiotikum zu mir genommen habe, war meine Haut extrem ausgetrocknet. Also dass man da auch schaut, wann ist Antibiotikum wirklich notwendig. Ich liebe und schätze die Schulmedizin, aber ich habe als Kind viel zu viel Antibiotikum zu mir genommen. Und man muss nicht zu jedem Ding Antibiotikum einnehmen. Es gibt so viele natürliche Heilmittel, die man zu sich nehmen kann. Schauen, dass man nur so viel Antibiotikum zu sich nimmt, wie man das auch wirklich braucht, weil es einfach den ganzen Körper und das Immunsystem extrem angreift. Auch wichtig, was mir jetzt einfällt, ist, dass man das Immunsystem einfach stärkt. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, also ich habe mir das jetzt alles über eine Zeit notiert und ich bin mir sicher, dass ich ein paar Dinge ausgelassen habe, aber alle eure Tipps, die ihr habt, wenn ihr Neurodermitis oder Eczema habt, bitte, bitte teilt die unten in den Kommentaren. Dann können wir das Ganze so gestalten, dass das eine Plattform ist oder beziehungsweise eine Seite, wo sich Leute einfach austauschen können, was ihnen mit ihrer Neurodermitis geholfen hat und du kannst dich umschauen und vielleicht entdeckst du irgendwas, was für dich auch funktioniert. Setz dich nicht unter Stress, versuch nicht alles auf einmal umzusetzen. Die ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, lebe ich inzwischen schon, außer den Zucker, also den esse ich noch immer sehr gerne und oft. Aber den Rest habe ich wirklich umgesetzt und das ist jetzt einfach mein Lifestyle, aber das hat halt echt gedauert. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, habe mit 13 Neurodermitis bekommen. Ich hatte bis vor zweieinhalb Jahren noch voll die krassen Schübe. Schau, dass du dir da nicht noch einen zusätzlichen Stress machst. Also du weißt dann eh am besten, wie es für dich funktioniert, aber setz dich einfach nicht unter Stress. Das ist extrem lang geworden. Ich hoffe, ich konnte euch viel, viel mitgeben. Ich habe übrigens auch ein Podcast-Interview gehabt mit der lieben Lydia auf ihrem Kanal. Das kann ich auch noch in die Infobox tun. Da haben wir auch über Neurodermitis, aber auch über Selbstliebe und viele andere Dinge gesprochen. Und sonst würde ich mich jetzt verabschieden. Wenn du mir noch nicht auf YouTube folgst, dann mach das bitte. Das wäre eine mega Unterstützung. Du kannst mir auch gerne ein Like da lassen. Und ja, sonst sehen wir uns hier. Aber viel eher auf Instagram. Also folg mir da, wenn du das nicht schon tust. Bussi! Baba!